Lasst uns anfangen. Ist er soweit? Oh ja, er ist soweit. Auf los geht's los. Ah, das wohnt, die Putzen. Stopp mal kurz, stopp mal kurz, stopp. Okay, weiter. Auf los. Bitte lächeln. Lecker. Das Auge ist ja mit, oder? Da bin ich doch von den Sacken. Der arme Kerl braucht nur Streichleinheiten. Ich geh schon, Jungs. Das macht mir überhaupt nichts aus. Gebt der Verdammten bei mir ihren Ball wieder. Danke, Brüder. Nicht, dass er was damit sehen könnte. Dieser Loser. Genial, Schwestern. Essen auf Rädern, Richard. Auszeichen. Was soll der Scheiß-Genie? Von den Schwestern von Sigma Teta-Tan. Haut rein, Jungs. Ja, dann ist mal zu. Oh, wir sind doch warm. Cremig. Ja, schmeckt geil. Und voll cremig. Ähm, Jungs. Richard. Ich glaube, die haben die Feuer irgendwie aufgewandt. Richard. Sehr, Dennis. Tschüss. Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.